Passt Ihre Immobilie noch zu Ihrem Alter? Sind die Kinder aus dem Haus, wirkt es oft groß und leer. Die Gartenarbeit fällt schwerer und die Treppe im ersten Stock wird gefühlt immer höher. Beim Kauf der eigenen vier Wände denken die wenigsten daran, dass sie später eventuell wieder ausziehen müssen. Doch mit steigendem Alter verändern sich auch die Ansprüche an das eigene Zuhause. Wenn Sie in Ihrer Immobilie bleiben möchten, können Sie prüfen, ob Ihre Wohnung barrierefrei umgebaut werden kann. Allerdings bedeutet ein Umbau nicht immer eine Wertsteigerung für Ihre Immobilie und ist meist mit hohen Kosten verbunden. Ein Umzug in eine kleinere barrierefreie Wohnung kann sich dagegen lohnen. Denn bei günstiger Marktlage können Sie sich vom Gewinn des Verkaufs nicht nur die neue Wohnung leisten. Oft bleibt sogar etwas übrig für Versorgungsleistungen im Alter, Vorerbe oder Reisen. Um sicherzugehen, was für Sie die passende Lösung ist, lassen Sie sich am besten von einem Immobilienprofi beraten.